Der Herr sagt, mein Herz brennt vor Empörung über das, was ich sehe. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 12. Mai 2010 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn, gesprochen zu einem Bruder in Christus und zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt Yahweh, der Herr, zu den Menschen der Erde, zu jedem Bewohner. Ich bin gekommen. Schaut, ich habe gerufen, doch wer hat meinen Ruf vernommen? Ich höre keine Antwort. Ja, ich habe zu euch gesprochen. Ich habe meine Propheten hinausgesandt und mich sogar frühzeitig erhoben, um sie zu senden. Aber ihr lehnt es ab, zu hören. Vernehmt deshalb die Empörung des Herrn, eures Gottes. Ich bin gegen euch. Mein Zorn ist angefacht und wird brennen. Menschen der Erde, hört das Wort des Herrn und schmeckt meine Bitterkeit. Denn mein Herz ist angefüllt mit der Hitze meines Zorns. Mein Gesicht brennt vor Empörung über das, was ich sehe. Schaut, die Lagerhäuser platzen aus den Nähten und sind in Brand gesetzt in meinem heissen Unmund. Jedes Gefäss kocht und zerbricht. Zorn quillt über. Schaut, mein Becher hat sich gedreht und muss ausgegossen werden. Propheten des Allerhöchsten, erhebt euch, öffnet euren Mund und legt Zeugnis ab. Blast die Trompete und warnt die Menschen. Ruft die Kontroverse des Herrn, jedem Bewohner zu. Denn das Wort des Herrn wurde hinuntergesandt. Schaut, das Wort aus meinem Mund wird sprechen und das Herz jedes Hörers durchbohren. Denn der Zeitabschnitt ist hier und der grosse Tag ist sehr nahe, an welchem ich auf die Nationen treten werde, bis mein Zorn befriedigt und meine Wut abgeklungen ist. Schaut, die Zeit endet und der Tag des Zorns ist dabei, hereinzukommen. Ich werde verherrlicht werden, sagt der Herr. Schaut, die Zeit endet und der Tag des Zorns ist dabei, hierinzukommen.